Oh 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 Wos sind wir, Raphario? Ich weiß es nicht, aber es ist ein sehr seltsames Zimmer mit Gluttooh! Interessant. Sehen diese Clowns echt oder nicht? Sehen sie echt aus, aber ich glaube nicht. S Ind wir anfassen? Ja, ja, komm schon, komm schon. Uh, die sind bestimmt nicht echt. Auf jeden Fall nicht, ey. Das ist kein echtes Zimmer. Das ist eine künstliche Blume. Was ist das für eine Blume? Vielleicht weißt du es? Vorsicht, fass da nichts an, bist du denn ein Horror-Raum von Stranger Things-Freunde Und es ist hier sehr gefährlich, also Ja, ja Sieh mal, Simon, der Fernseher Da läuft was? Ja, lasst uns gehen Ihr seid in diesem Räumen eingesperrt, ihr habt 10 Minuten Zeit rauszugehen Wenn ihr nicht innerhalb von 10 Minuten rauskommt, seid ihr tot Oh, oh, Raffario, hast du gehört, was er gesagt hat? Er hat gesagt, viel Glück, ein guter Mensch Raffario, verstehst du denn nicht? Wir sind in einem Raum mit Klaus eingesperrt Und wir haben nur 10 Minuten, um hier rauszukommen, Mann Ach ja, bist du sicher? Wir müssen einen Ausgang finden Schnell, schnell, wir suchen nach einem Ausgang Ich glaube, wir sollten hier die Stöcke zerbrechen, um rauszukommen Ja, lass uns losgehen Warte, zieh nicht dran, warte Was, warum? Lass uns Sachen Werkzeug suchen Ja, wo ist es, wo ist das Werkzeug, die Munde? Oh, ich hab es gefunden, ich hab es gefunden Was ist das? Freunde, war es gerade die Munde gefunden? Lass uns nachsehen Oh, schau mal, ein Brecheisen Oh, soll ich damit jetzt die Clowns verprügeln? Welche Clowns? Welche Clowns? Wir suchen eine Tür Das ist die Tür, so, los geht's Ja, so Komm, brech's auf Vorsichtig Geh zur Seite Geh zur Seite Ah, wo sind wir jetzt? Was ist das für ein unheimlicher Rab? Komm schon! Komm schon, komm schon, komm schon Oh, schau mal, da ist ein Skelett, Rafario Hallo Herr Skelett Hallo, wie geht es Ihnen? Mein Name ist Rafario Und wie heißen Sie? Sehr interessant Rafario, sag mal ein bisschen ernster, Mann Warum sollte ich ernster sein? BlökenJoe Das ist die Kamera Das ist dein Bildschirm Komm mal her, komm mal her Schau, jemand hat uns die ganze Zeit beobachtet Ich habe eine Idee Warte mal Hey, Rafario, wo bist du hin? Ah, ja Die Kamera ist hier, Timon Kannst du mich sehen? Rafario Ja, ich sehe dich Was machst du denn da? Ich bin hier Hier, schau Rafario Wir haben keine Zeit Komm schon Was? Komm schon Ah, ich komme schon. Was ist los? Was ist los, Dimon? Bist du überhaupt normal? Reiß dich mal zusammen. Lass uns einen Ausgang suchen, denn wir könnten hier genauso sterben. Komm, lass uns gehen. Lass uns gehen. Könnte auch nicht sein. Könnte er hier sein? Nein, hier ist er nicht. Spinnen. Vielleicht in der Puppe. Dimon, was ist denn? Schau mal, schau mal, auf den Bildschirm. Hast du es gesehen? Hast du es gesehen, Dimon? Der Kron hat sich bewegt. Er steht. Er kann sich ja nicht bewegen. Er ist nicht echt. Das glaube ich nicht. Wir haben es nur vertan. Ja, wir sind auch verwirrt. Also gehen wir weiter jetzt. Ja, ja, komm schon. Wow, schau dir mal das an. Ein richtig gutes Werkzeug. Dimon, schau mal. Ja, die bewegen sich ja wirklich. Schau mal, schau mal, schau mal, schau mal. Schlag, schlag, schlag da raus. Was machst du denn da? Ja, wir laufen los. Was ist das? Was ist das? Wir sind geredet. Bravo, Dimon. Ja, wir haben nicht mehr Zeit. Wir haben nur noch fünf Minuten. Wir schaffen es. Die Hauptsache ist, dass wir gerettet sind. Ravagio, schau mal. Eine Tür, eine Tür. Ich kann sie nicht öffnen. Was glaub ich? Was macht die? Oh, was hast du denn gemacht? Ja, okay. Wo sind wir denn jetzt nur angekommen? Spinnen. Ich mag Spinnen. Machst du Spinnen? Freunde, mit wir Spinnen. Schreibt es in den Kommentaren. Nein, bist du dumm? Ich hasse Spinnen. Ich habe vergessen, euch zu sagen, dass uns die Zeit schnell vergeht und wir einen Schlüssel finden müssen. Ja, ja, ja. Ja, wo ist er? Ja, ja, die Tür. Hier, ja. Hier, hier gehen wir. Das ist eine Tür. Aber sie ist verschlossen. Also müssen wir... Ja, den Schlüssel finden. Nein, eines rum. Wir müssen hier den Schlüssel finden. Ja, sofort. Komm, wir haben keine Zeit. Ja, ja, komm schon. Hidavagio. Was ist das? Das ist eine Mumje. Zu 100 Prozent ist es eine Mumje. Was sagst du? Oh mein Gott. Wo ist der Schlüssel? Leute, helf uns. Wo ist der Schlüssel? Leute, wo ist der Schlüssel? Ich weiß das nicht. Häftung schnell. Hör auf, Fafario. Die Mumje hat den Schlüssel. Und im Hals hängt. Schau mal da. Komm. Ja, komm. Komm, schneller, schneller. Komm. Ich kann nicht. Ja, komm schon, komm schon, komm schon, komm. Komm, mach die Tür. Los, schneller. Ja, jetzt komm schon, komm schon. Laufen wir. Los, los. Das sind wir wieder. Wir müssen wieder die Schlüssel finden, um hier rauszukommen. Ja, Raphario, lass uns schnell suchen. Los. Aber schau mal, er ist verschlossen. Mit drei Schlössern. Ganze drei Schlössern. Wir müssen dringend in die Schlüssel finden, Freunde. Aber wo könnte es denn sein, Raphario? Ich weiß es nicht. Ich habe eine Idee, Raphario. Schau mal, seht ihr, wie viele Luftballons es da gibt? Ja, ich mag Lundballons sehr. In einem der Ballons könnte der Schlüssel sein. Du bist ja klug. Wir lassen alle Ballons platzen. Los, 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 los. Aber da ist noch los. Die Klons werden uns stoppen, wenn es die Zeit davon läuft. Wir haben nur noch eine Minute. Los, mach schnell. Komm schon. Los, lass ihr alle platzen. Wir haben einen Schlüssel gefunden. Wahrscheinlich hier. Komm schon, Dimon. Dimon, such nach einem anderen Schlüssel. Komm schon, schneller. Komm, komm. Es gibt noch mehr Schlüssel. Also muss es auch noch mehr Schlüssel geben. Los, los. Hier, schau mal, das ist ein. Ich habe einen gewundert. Ich gehe noch anstrengend. Los, los, los. Was ist denn hier los? Schau mal, hier ist noch ein Schlüssel. Ja, ja, hier ist eins. Ich habe einen Sklöpflip. Es ist noch ein Schlüssel. Gehen, schnell suchen. Die Polizei, wir sind knapp. Nein, 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 nein. Hier ist er, hier ist er. Mach auf, schnell, schnell. Mach auf, los, mach schon, schneller. Es gelingt, ich kann nicht. Komm, mach dich, Rafforio. Schnell, schnell, schnell. Schnell, mach dich, komm schon langsam. Schnell, mach dich doch mal schnell. Ich habe einen Sklöpflip. Schneller, komm auf nie. Wir laufen, wir laufen, wir laufen. Schnell, lauf uns! Schnell, lauf uns wieder! Lass uns los! 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 ARD Text im Auftrag von Funk